So sehen alle Brawler aus, wenn sie dick wären. Und wir fangen an mit Bee. Oha, okay, also Bee hat hier auf jeden Fall schon einige Donuts gegessen, wie wir hier sehen. Okay, mal schauen, wie der nächste hier aussieht. Und wir haben als nächstes Häschenpenny. Oh, okay. Ja, also auch das Geschütz wirkt ein bisschen kleiner, sage ich jetzt einfach mal. Aber sieht ganz lustig aus. Und Max. Oha, okay, ich glaube, Max rennt dann nicht mehr ganz so schnell. Ja, okay, das ist auf jeden Fall heftig. Und als nächstes nochmal Tara. Okay, 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 die Hose platzt hier schon so ein bisschen auf, sehen wir. Ja, okay, das, ja, okay. Und wir haben als nächstes nochmal Jackie. Okay, krass, also auf jeden Fall auch Jackie ist hier relativ, ja, dick am Start, sage ich jetzt einfach mal. Und nochmal als letztes Leon. Alter, wie sieht der denn aus?